Musik Das ist ein besonderer Liederabend, wo Musik, Kunst, Darstellung und Malerei sich treffen. Alle die Musik ist von Shakespeare inspiriert oder Van Gogh inspiriert. Brett und ich wollten einfach einen tollen Abend mit Musik machen, nur mit Texten von Shakespeare. Ich habe die Musik von Filmen Sie in meiner Unizeit kennengelernt und ich liebe diese britische Musik. Und ich habe den Liederzyklus von Ben Moore, Dear Theo, in den letzten paar Jahren gefunden. Und wir haben sofort gemerkt, dass es so viele Lieder gibt und wir haben für diesen Abend einfach die schönste gewählt. Brett und ich sind die Protagonisten des Abends, die Musiker und auch die Schauspieler. Fangen, gefühlvoll, nachdenklich, intensiv, farbenreich. Dieses Konzert ist nicht der typische Liederabend. Ich stehe nicht am Klavier und einfach singen. Ich freue mich auf das ganze Konzert, ehrlich gesagt. Wir haben ein paar szenische Elemente und schöne Projektionen auch. Ich hoffe, ich spiele besser als ich Deutsch spreche. Dankeschön, danke.